Mein Name ist Alexandra Reinke. Seit frühester Jugend liebe ich Papier und alles, was mit Papier zu tun hat, was man drauf machen kann, was man damit kreieren kann. Und somit habe ich angefangen, Weihnachtskarten zu gestalten für Unternehmen und bin dann in diesen Bereich Scrapbooking-Stempel, Stanzen, reingerutscht aus Liebe zum Motiv und der Art, sich auszudrücken. Der Drucker fördert die Kreativität und durch diese Möglichkeit auch in 200 Gramm Papier einzuziehen, hat man natürlich dann auch eine Karte, was ganz wichtig ist. Wir drucken gerne weiß auf weiß und nutzen dann Aquarellfarben, Stempelfarben. Das ist für uns der Ghost, nicht nur ein Drucker, sondern einfach wirklich eine Herausforderung, ein Experiment und etwas, was viel Spaß bringt und uns Kreative natürlich auch ein bisschen kitzelt. Das ist für gleiche Musik.